Morgen ist es endlich soweit, die Entwickler haben offiziell einen Teaser veröffentlicht, welcher ein neues Pack für die Sims 4 ankündigen wird. Bereits auf YouTube lässt sich eine Premiere zu einem neuen Video auf dem Sims-Kanal finden, welches How Green Is Your Plumber heißt. Auch auf dem Vorschaubild gibt es etwas Neues, wie ein Windrad und eine neue Welt im Hintergrund zu sehen. So wie es im Titel klingt, wird dieses Pack vermutlich mit einem ökologischen Thema zusammenhängen, mehr Infos zu diesem Pack gibt es dann aber morgen. Und als zweites habe ich noch eine traurige Nachricht für euch, der vermeintliche Erweiterungspack Leak zu Country Living ist leider ein Fake. Hier hat jemand ein Bild eines Target-Gerätes von Reddit genommen und damit dann das Fake-Bild erstellt, welches nicht das neunte Erweiterungspack für die Sims 4 zeigt. Auch wenn ich mir dieses Pack auf jeden Fall gewünscht hätte, kann es natürlich trotzdem sein, dass wir dieses Thema nochmal in die Sims 4 sehen werden. Freut ihr euch schon auf die morgige Ankündigung um 17 Uhr? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann bis zum nächsten Video.